Der Noob baut sich eine ganz kleine Minecart-Bahn. Dort dreht er seine Runden ganz entspannt, auch nicht wirklich schnell, aber er hat seinen Spaß dabei. Der Pro braucht es schon ein wenig schneller, deshalb baut er sich die schnellste Minecart-Bahn. Die bringt ihn super schnell von einem zum anderen Punkt. Der Hacker macht die unmöglichsten Sachen einfach mal möglich und konstruiert eine Looping-Achterbahn. Und das sieht auch noch richtig, richtig lustig aus, wenn ein Schwein einfach mal in diese Minecart einen Looping fährt. Richtig nice.